Moin moin, hallo und herzlich willkommen bei Kochen unterm Sofa. So Freunde, wir kochen unterm Sofa. Ah, Schluck Eisteel, Pfirsich, E-Zigarette mit. Oh, habe ich gemacht mit Eisbonbon, Vanille und Erdbeeren und Pfirsich. Und einen Schutzzitron habe ich reingemacht in meine Dampflok. Geil. Das Zimmer ist auch schon gut zugequalmt. Booyah. So, also, als nächstes legen wir uns die Option Autokochen an. Bitte wählen Sie aus dem untenstehenden Menü aus. Ich hoffe, ich habe die Aufnahme gestartet, sonst haben wir jetzt 20 Minuten verloren. Ist mir egal. Die Effekte dieses Gerichts halten nur einen Kampf lang an. Das heißt, in weiteren Kämpfen willst du nicht davon profitieren. Nach dem Kochen essen? Ja, nein. Durch Autokochen wird für deine Gruppe nach jedem Kampf automatisch ein Gericht zubereitet. Allerdings brauchst du dafür auch weiterhin die erforderlichen Zutaten. Die Option Autokochen funktioniert auch die gleiche Weise wie das normale Zubereiten eines Gerichts. Wenn du dich auf der Karte befindest, wird unten rechts auf dem Bildschirm angezeigt, wie oft das ausgewählte Rezept nach automatisch zubereitet werden kann. Fehlen die nötigen Zutaten, wird hier keine Zahl angezeigt. Und es wird nach dem nächsten Kampf auch kein Gericht zubereitet. In diesem Fall musst du deinen Vorrat an Zutaten aufstocken oder ein anderes Rezept auswählen. Nutze die Möglichkeit, Gerichte zu kochen bei deinen Abenteuern zu deinem Vorteil. Ah, das war einfach perfekt. So bin ich. Hey Velvet, kann ich dich was fragen? Du kannst was immer du möchtest, aber nur weil du fragst, das bedeutet, dass du noch einen Antwort bekommst. Sue, über die ganze Abwürgel-Geschichte mit dem Apple. Du kannst nichts schmecken? Nicht ganz. Ich kann Blut schmecken. Sonst nichts? Nichts. Und ich glaube auch nicht, dass ich alles spüren kann. Du glaubst nicht, du redest, als hättest du noch eine gute Mahlzeit gegessen. Das habe ich auch nicht. Keine normale Nahrung, seitdem ich zu dem Mond geworden bin. Wovon hast du dich dann ernährt? Also bitte, du warst doch in diesem Griffdenging es mit mir. Tut mir leid. Vergiss es, dann ist es eben, was ich jetzt bin. Solange ich ein Rezept habe, kann ich immer kochen. Und ich muss mir nicht mehr Sorgen machen, ob es schmeckt. Ich schätze schon. Ich schätze, um stark zu bleiben. Mehr interessiert mich nicht. So, what? Verlassen. So. Ich will mal sagen, wir werden... Speichern. Nein. Denn wir haben schon. So, wir müssen jetzt in die Stachelschwein-Farmen und da uns ein ordentliches Wort an Stachelschwein holen. Na, ihr kleinen Kakadus. Oh, ich fresse dich alle, um stark zu bleiben. Ich muss noch mal nachgucken, wie ich diese scheiß Fähigkeit einsetzen konnte. Ich habe gar keine Ahnung mehr. Mit diesem Wurm. Mit der Faust des Lebens, ey. Adoru-Höhle. Höhle in der Nordmarsch. Yeah, baby. Yeah, baby. Naja. Das ist doch wie so ein Oktop... Wie so ein Oktopussy, alter. Oh, das ist so ein Oktopussy. Sag mal, sekt ihr stark. Habt ihr Bums. Oh, du bist aber zu viel zu arme, Alter. Verlass mich hier in die Tasse. Weißt du, die sollen immer auf die Lose stark sind. Warm. Hey, Oktopussys sind tot. Wir haben die Oktopussys weggeflext. 17 Wilbermann zum Beispiel. Aber es ist immer ein ganzes Menden. Komm. Ich flanke euch alle weg. So, ich höre auch nur meine Gegner zu klauen mit deiner Inception, Alter. Ja, wirklich, weil du mir alles klaust. Da geht mein Klau kaputt und nicht deiner. Lass mal hier langlaufen. Ich erkunde erstmal die Öle. Ja, ich überlege gerade, wie nenne ich die Folge. Hm, ich warte noch ein bisschen. So, in un Bestimte Gefilde Reinsmaschinen. Apfelgelee, der zu neuen Besitz, das lassen wir uns nicht entgehen. Dün, 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 essen, essen, wir müssen essen, essen. So. Schlopp von hier. Oil? Nein, 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 nein. Das ist eine Ölfabrik. Oh Leute, das sieht doch nicht aus. Scheiß aufs Licht, wir gehen erstmal in die Dunkelheit, denn wir wollen wissen, was hier geht. Silver und Gold, hab ich nie gewollt. Ich wollt nur dich, nur dich, nur dich töten. Oh, da sind wir jetzt aber da. Oh, ja, 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 ja. Was? Hä? Ja. Was? Nein, nein, ich... Oh, Mann. Down. Fuddel. Ja, war klar, er klaut den letzten Kill. Get the fuck out of my heart. Hm. Oh, komm. Oh, komm. Richtig was, ich muss mir mal um, ja. Hier. Kann aber auch, kann auch was anderes. Paralyse. Seid ihr der schutz der wald oder was? Alter. Ich komm nicht richtig durch. Guck mal, ich war auf deiner Höhe, aber trotzdem, ey, das ist ein bisschen, bleib ich mal kurz vorbei, jawohl, vielen Dank. Ruhe. Geilt, gebt mir euer Geil, alles was ihr besitzt. Zeit, zwei. Boom, jungen, zuck, zuck, ruck, 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 ruck. Kopfnüchel, schläg auf den Hinterkopf, denn ich höre ein Verstängvermögen. Und Bodenattacke. Ja klar, er geht einmal hin. Ich bumm den halbe Stunde voll, aber jetzt so einmal und dann ist fertig. Natürlich ist es doch easy, immer so, ey. Ich glaube, wir können diesen Fels zerreichen. also lieber sobald du auf einen triffst, dann haben wir wenigstens vor. Boom, I'm the wallbreaker. Öl. Boah, ich hab nicht genug Katzen, Geister. So, jetzt will ich erstmal ins Licht laufen. Ja komm, don't fucking hit me. Du hast nicht genug Power. You are not powerful enough for me. So, get out my way, get out my way. Geben wir mal nach da. Was ist das denn überhaupt? Die... Ach, das ist die Eisspitze. Ach so. Egal, ich gehe da mal hoch, nachher kann ich da immer noch reintatteln. tatteln also das ist eingang ja roffel die kopp da los ich bin der fragmente und ich glaube viel lang du kriegst mir nicht denn ich bin du rufst nur mir dazu denn ich hasse es wie lapis la zu lieb ein to powerful for you and now i'm running die katze ist im sack 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 ja du hast eine katze gefunden rosen korsage ein accessoire das elegant verleiten man trägt es am besten diskret mode wahrscheinlich lieber so ein ding als die brille ane dann lieber die brille alter das ist viel so laufen wir mal weiter ja die meisten wollen gar nicht mit mir feigen weil die wissen so er macht move und kaputt die ma du es ja passt denn drücken 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 Leute klingt auf die Fresse und ist noch nicht gerührt Von unten! Von unten! Bam! In die Fresse! Verdienter Titel! Wahre Welbel! Erhalten! Resistenz-Ring! Kampf-Montur! We are watching! Kampf-Ring-Ring-Ring-Ring-Ring-Ring! Kampf-Ring? Resistenz-Ring? Wo ist denn der? Okay! Aber das steht hier mehr! Ja! Mmm! Ja! Ja! Da steht ja immer noch was bei! Okay! Wusste ich auch gar nicht! So lass uns jetzt mal den... Oh come on! Oh come on! Don't fuck me up, Alter! Noh! 아더 Nein. Meine Fresse, meine Masse. Geh mir diese Pumpernickel hier um den Sack. Okay, da sehe ich jetzt nichts mehr. Wenn da was ist, dann sagt es mir. Ich sehe es ja auch beim nächsten Mal. Oh. Also, war es Teer, was wir gebrochen haben. Acht drauf oder runter, sonst bleibst du stecken. Ja Freunde, wollen wir direkt mal stecken bleiben? Manchmal scheint ein Weg blockiert zu sein, aber es gibt Fußblöcke mit Hilfe derer du das hinweg überwinden kannst, wenn du drückst. Allerdings gibt es Fußblöcke nicht überall auf der Abstände zwischen dem und sind zum hinüberspringen zu groß. Und jetzt lernen wir es. Get the fuck out. Ich hab halt die ganze Familie schon ausgelöst. Oh, was war das denn halt? das kommt ja auch drauf bei mir drauf. Dravous-Dravous-Dravous-Dravous-Dravous-Dravous-Dravous-Dravous-Dravous-Dravous-Dravous-Dravous- Maybe we're gonna uy fix. Ich verpisse dich auf den Ring. Möchte ich mich ein, Junge. Ich hab die ganze Arbeit gemacht. Darf ich? Darf ich? Darf ich? Dankeschön. Oh, wo laufen wir denn jetzt hin? Wo? Die ist ja richtiges Seelenleben, Alter. Bam, 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 bam. Ja, Mille, 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 Mille. Ja, komm, du wartest nur drauf, mit mir zu fighten, ey. Du wärst nicht bereitstreichen, Alter. Ja, ich bin bereitst十. Gut. Ja, ich bin bereitstreichen. Ja, ich bin bereitst Bam, bam, schieß ihn in die Luft, dann haus ihn eine rechts, eine links. Bam. Immer dieser fliegende Salto, finde ich super. Warte, was das ist. Da haben wir jetzt sonst nichts. Da kommen wir... Oh. Machen wir das ganz immer schnell. uti Stab, geh 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 geh. Quann эти Πcher Subdust zu können. Oh, den doch mal besser an. Ah, es geht nicht so besser. Au. Bam. Du bekommst keine Dämonen, das sind wahrscheinlich nur Monster, die kann ich gar nicht so smooth wegziehen. Ich bedecke dich mit meinen Naaren. So Freunde, das war es dann schon mal wieder für diese Folge. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer SweetOneWeb. Haut was in die Kommis. Ciao.